Hallo und herzlich willkommen zu diesem Sound Tutorial. In dieser Folge geht es um Level, Pre und Post Fader und das Car Metering. Nicht nur auf Bitwig bezogen, sondern das gilt auch für alle DAWs, aber ich mache das hier am Beispiel von Bitwig und würde sagen, legen wir doch einfach mal los. Also in jeder DAW gibt es so eine Standardeinstellung, wenn man ein neues Projekt anlegt, dass diese Fader hier für jeden Track eine Standardeinstellung haben. Bei Bitwig ist das so, dass das minus 10 dB sind und was ich in letzter Zeit auch öfter gesehen habe und ich habe das auch früher selber gemacht. Ich habe mir da überhaupt keine Gedanken gemacht, warum das auf minus 10 dB ist. Ich habe meine Musik eingespielt, dann habe ich da hin und her gedreht und um das lauter und leiser zu machen. Irgendwann habe ich dann mal gelernt, dass ich das nicht hier mache, sondern über ein Tool mache zum Beispiel oder was dann natürlich noch geschickter ist, ich mache das gleich am Instrument selber, dass ich die Lautstärke vom Instrument her selber gleich ordentlich einstelle und wenn das nicht reicht, nehme ich dann halt irgendwann mal ein Tool noch dazu, um die entsprechende Lautstärke zu verändern. Im Laufe der Zeit hatte ich dann einfach diese Fader-Einstellung quasi total vergessen, überhaupt nicht mehr beachtet und habe dann alles hier unten gemacht und bin dann auch relativ gut damit gefahren und das gleiche sehe ich dann auch bei ganz vielen anderen Leuten auch, dass das ähnlich gefahren wird. Manche gehen dann auch hin, weil sie das gesehen haben und sagen, gut, meine Standard-Einstellung ist ja nicht minus 10, sondern die ist ja 0, weil 0 dBFS ist mein absolutes Maximum und ich möchte ja auch meine Musik besonders laut machen und da arbeite ich dann gleich dagegen. So kann man alles machen und ich würde da halt auch sagen, du kannst alles tun, was du willst, wenn du weißt, was du tust. Und der Level hier hat für mich zum Beispiel eine einzige Funktion, die extrem wichtig ist. Und zwar zeigt mir dieser Level quasi meinen theoretischen Nullpunkt an. Das heißt, ich verschiebe die 0 dBFS hier auf minus 10 dBFS. Und sieht man hier unten, hier mit dem, mit der Skala ist das nicht so ganz dasselbe, eigentlich ist minus 10 so gefühlt hier, aber hier unten in der Infobah zeigt der minus 10 an. So, diese minus 10 dB ist die gefühlte oder die neue, die theoretische, nicht nur die theoretische, sondern quasi mein absoluter Nullpunkt. Das heißt, wenn ich jetzt hier Musik einspiele oder programmiere oder irgendwas, Sound hier rein tue, sollte ich schauen, dass mein Pegel hier das Maximum hat bei minus 10 dBFS. Und was viele den Fehler machen ist, dass sie sagen, okay, die Standort-Einstellung interessiert mich nicht und ich kann jetzt einfach mein Instrument, wenn ich das jetzt hier mal laufen lasse, ich will, das muss ordentlich laut sein, also habe ich hier einen Verstärker und kriege das dann ordentlich auf knapp unter 0 dBFS hin. Das kann gehen und wer jetzt aber aufgepasst hat, hat gemerkt, dass sich der Sound hier komplett verändert hat, weil es hier einfach, weil hier einfach Verzerrungen stattfinden. Und ich diesen Level hier überhaupt gar nicht quasi berücksichtige. Das heißt, diese Einstellung zur, gut, da habe ich jetzt ein bisschen geschummelt mit dem Filter, der übersteuert natürlich, zu dem, aber einfach mal dem Vergleich her, ist ein ganz, ganz anderer Sound. Da habe ich halt jetzt einen verzerrten Sound und hier habe ich den normalen Sound, mit dem ich gestartet bin, mit dem ich mir eventuell irgendwas vorgestellt habe. Wenn ich jetzt quasi lauter sein möchte, kann ich natürlich das alles hier auf 0 dBFS oder 0 dBFS hoch einstellen und habe von vornherein gleich den lauter Sound, kann ich hier vielleicht noch ein bisschen lauter machen, dass ich hier auf diese 0 dBFS komme und alles ist gut. Also, das Ding, was wir jetzt gerade gehört haben, ist, ich habe hier minus 10 dBFS eingestellt und das Instrument geht, weiß das ja nicht. Das ist ein dummes Instrument. Und das Instrument geht davon aus, dass ich quasi gegen die 0 dBFS spiele, aber die habe ich ja hier runtergedreht. Deshalb kann ich jetzt nicht sagen, hier Instrument, du spielst mir jetzt quasi hier auf 0 dBFS hoch, während ich aber das Ganze nochmal absenke von der Lautstärke. Das heißt, ich arbeite hier eigentlich komplett gegen mich selbst. Und wenn ich jetzt Sounds hier einspiele, Samples reinhebe oder so weiter, und ich habe ja diese Grundeinstellung minus 10 dBFS, sollte ich auch alle Sounds und Instrumente und alles auf diese minus 10 dBFS ausrichten, um den Sound zu erhalten, den ich mir quasi mit dieser Einstellung vorgestellt habe. Ich kann natürlich auch hingehen und das alles hier nach oben schieben, quasi die Level-Einstellung so halten, alles nach oben drehen und werde dann aber einen anderen Sound beim Export zum Beispiel haben. Ich kann das zum Beispiel demonstrieren, wenn ich jetzt... Hier habe ich das ordentlich eingestellt und bounce jetzt diesen Sound zum Beispiel. Ich bounce den einmal Prefader, normalerweise mache ich das mit 24 Bit. So, dann machen wir das hier so und das Ganze nennen wir Pre, damit wir das nachher wiederfinden. Und dann bounceen wir das nochmal. Nein, nicht in Place, das wollte ich jetzt nicht, sondern ich wollte das normal bouncen. Postfader. So, und dann machen wir jetzt hier blau und schreiben da Post hin. Das ist jetzt die Crystal von der Post. So, wenn ich das jetzt hier höre, dann höre ich meinen Original-Polymer hier, meinen Post. Der ist jetzt um 10 dB leiser, weil ich ja hier diese minus 10 dB eingestellt habe. und den Pre, der jetzt genauso laut ist wie der hier. Bei dem Post, der ist 10 dB leiser, weil ich ja quasi den Sound erzeuge. Dann minus 10 dB abziehe. Dann wird ein Audio-Datei erzeugt und diese Audio-Datei spiele ich jetzt hier nochmal mit minus 10 dB ab. Nochmal. Ich habe hier einen Sound, ein Instrument. Das spielt in einem Kanal, das minus 10 dB Einstellung hat. Und das bounce ich, Post. Das heißt, ich habe einen Sound, der minus 10 dB ist, packe den in einen Kanal, den ich wieder um minus 10 dB leiser mache. Also habe ich hier ein 20 dB leiseres Stück. Deshalb ist der Post bei der Einstellung, wo ich überall minus 10 dB habe, nochmal 10 dB, also insgesamt 20 dB leiser. Das kann ich natürlich hier ändern, wenn ich hier einfach mal hingehe und sage, hier gehe auf 0, dann habe ich dieselbe Lautstärke wie hier oben. Alles dieselbe Lautstärke dann. Oder ich verändere die Lautstärke hier im Sample selbst und gehe hier einfach hier nochmal auf plus 10 dB. Dasselbe in grün nochmal. Falsche Taste. So, das kann ich natürlich auch machen. So, und das Ergebnis habe ich mit dem selben, also ich bekomme den selben Sound, wenn ich mich hier an dem Level orientiere. So, mache ich das jetzt nicht. Wische ich die hier einfach mal, mache ich das nicht. Und möchte jetzt einfach den Sound hier hoch treiben, weil ich sage, hey, das Ding muss halt einfach laut sein. So, jetzt habe ich hier minus 2 dB. Alles ist cool, klingt gut. Ich mache jetzt hier wieder einen Bounce. Bounce jetzt mit Pre-Fader. Das Ding heißt jetzt Pre. Ich kriege hier so eine Farbe. Dann bounce ich den wieder mit Post bei 24 Bit. So, dann ist wieder die Crystal von der Post. Hier kriege ich jetzt blau. Und wenn ich die jetzt miteinander vergleiche. Leiser. Und hier habe ich jetzt einfach das Problem, dass der komplett übersteuert ist. Und das kommt halt alles daher, weil ich das Instrument, ups, weil ich das Instrument über den theoretischen Null-Level rüber geschoben habe. Und dann muss der anfangen zu verzerren, um die Lautstärke zu erreichen. So, ich kann das Ganze nochmal so ein bisschen umgehen. Das war jetzt hier diese Pre, der so komplett explodiert ist. Wenn ich hier einen Bounce mache und den Pre-Fader mit 32 Bit Floating Point exportiere. Wie 32. Den hier so. Dann geht das wieder. Weil mit 32 habe ich dann einfach die Verzerrung nicht mehr. Ich kann jetzt aber auch folgendes machen. Ich nehme jetzt zum Beispiel einfach den hier und würde den jetzt exportieren als 16 Bit. Ohne Differ. So, jetzt habe ich ein Pre-16 Bit zum Beispiel. Oder was ich noch machen könnte. Ich exportiere den, was man normalerweise macht und Differ den mit 16 Bit. Dann habe ich hier ein Pre-16 Differ. Ich bin auch mal irgendwie anders farblich. Klingt grauenhaft. Das ist einfach ein komplett anderer Sound. Das heißt, hier an der Stelle ist halt einfach dieser Level wichtig. Und deshalb rede ich auch so lange darüber. Weil das gerade am Anfang manchmal so ein bisschen schwer zu verstehen ist. Diese verschiedenen Sample-Raten 16, 24 und 32 ist halt einfach eine technische Größe, die es einfach ermöglicht, viel, viel mehr Werte aufzunehmen, sodass viel genauer die Samples quasi abgebildet werden können. Und wenn ich halt ein 32 Bit Sample habe, kann ich halt viel größere Lautstärken abbilden, wie wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein 16 Bit Sample habe. Ich weiß leider gerade nicht auswendig, bis zu welcher Lautstärke 16 Bit geht. Kann sein, dass es irgendwie 96 Dezibel war oder irgendwie sowas zum Dreh. Aber kann ich mich täuschen, könnt ihr ja in die Kommentare reinschreiben, welche das sind. Aber mit 24 Bit habe ich da schon eine weitaus größere Lautstärke. Aber wie man hier halt auch sieht, das ist ja hier das Pre mit 24 Bit. So ist halt das hier zu Original reicht das immer noch nicht. Und ich brauche einen 32 Bit Sample, damit ich diese Verzerrung rauskriege. Und selbst dann höre ich sie ehrlich gesagt immer noch. Und wenn das Ganze dann noch auf MP3 konvertiert wird oder auf AAC oder was auch immer. Oder Apple Audio, AA, irgendwas. Dann habe ich ja noch einen psychoakustischen Effekt mit da drin, der mir dann was ganz komisches draus strecken kann. Das heißt, und nochmal deshalb hüpfe ich da so lange auf diesem Level hier rum. Wenn ihr eine bestimmte Lautstärke bei der Produktion schon erreichen wollt, dann macht das, indem ihr diesen Level entweder gleich auf 0 dBFS stellt. Oder dass ihr zum Beispiel in den Master nochmal ein extra Tool rein tut oder Utility oder was auch immer, um die entsprechende Lautstärke bei der Produktion zu haben. Die ihr aber eigentlich bei der Produktion gar nicht braucht. Bei der Produktion geht es ja um ganz andere Sachen erstmal als nur um Lautstärke. Es geht um Gain Staging, dass alles quasi gut hörbar ist in allen möglichen Lautstärken. Ihr könnt ja den Lautsprecher lauter drehen, wenn es lauter sein muss. Aber bei der Produktion unbedingt darauf achten, dass es alles quasi in einem bestimmten Ziel-Range ist, in einem bestimmten Ziel-Level ist, den ihr erreichen wollt. Und mit Ziel meine ich nicht laut genug, sondern das Ziel, was ihr einstellt. Bei Bittig ist es halt standardmäßig diese minus 10 dB oder halt einfach 0. Wenn ihr auf 0 dB geht, was ihr auch machen könnt, müsst ihr natürlich aufpassen, Sound summiert sich im Master. Das heißt, ihr seid eher schneller an der Problematik dran, dass irgendetwas klippt unter Umständen. Wenn ihr das ständig im Hinterkopf habt, dass ihr alles auf 0 dB fährt und ihr beachtet das ständig bei der Produktion, auch gar kein Thema. Ihr solltet einfach nur wissen, was ihr tut an der Stelle. Wenn ihr euch da noch nicht wirklich so Gedanken drum gemacht habt oder ihr sagt, hey, ich produziere, ich kann meinen Kopfhörer aufdrehen, bis mir die Ohren bluten, gar kein Thema. Und ich produziere jetzt auf minus 10 dB oder auf minus 8 oder 7,5 oder irgendwie, ist ja völlig wurscht. Und das ist mein Ziel-Level. Dann kann das mal höher, mal niedriger und wie auch immer sein. Und zum Schluss könnt ihr das in der Mastering-Chain ja alles auch nochmal nach oben schieben, beziehungsweise das Mastering-Studio kann das ja quasi auf Lautness trimmen. Und das kann das normalerweise sogar noch besser, wenn ihr sowieso nicht schon am Limit arbeitet und hat da auch die Möglichkeit, noch ganz andere Sachen damit zu machen. Nicht, dass man jetzt mit einer riesen Dynamik da unbedingt arbeiten muss, aber ihr seid nicht gezwungen, wenn ihr im Computer arbeitet oder auch teilweise mit Outboard-Gear, dass ihr jetzt sofort irgendwie an die Lautstärke ran müsst, die ihr zum Schluss haben wollt. Deshalb, das Thema lag mir jetzt einfach schon länger mal am Herzen, weil ich weiß, ich habe am Anfang selber damit gekämpft, bis ich das verstanden habe, was das überhaupt soll. Und ich habe das jetzt einfach in letzter Zeit wieder so oft gesehen bei Leuten, dass die halt einfach die Instrumente komplett überfahren haben, einfach viel zu laut gefahren haben und dann entsteht ein komplett anderer Sound. Und dann haben sie sich gewundert beim Bouncen oder beim Export, das klingt irgendwie nicht schön, was da rauskommt. Und das ist der Hintergrund dabei. Ein anderer Hintergrund bei dieser ganzen Pre- und Post-Fader-Geschichte, was in den meisten Fällen angewandt wird, ist halt diese Sache hier mit den Effektkanälen hier. Ich habe hier mal so einen Reverb irgendwie reingetan. Und wenn ich jetzt diesen Sound quasi in den Reverb schicken möchte, vielleicht einfach mal wieder ein bisschen leiser machen, das muss jetzt nicht alles auf Lautstärke getrimmt werden, dann kann ich ja hier über diese Regler, standardmäßig ist das hier abgeschalten, und über diese Regler kann ich ja entscheiden, wie viel von diesem Signal in diesem Effektkanal, Send- oder Aux-Kanal oder Bus landen soll. Na, Bus eigentlich nicht, aber wie viel da drin landen soll. Und das heißt, ich drehe den einfach auf. Was ich halt überhaupt gar nicht machen wollte. So, ähm, pardon. Ähm, mach das alles andere hier mal weg. Brauchen wir eigentlich auch nicht. So, und, äh, damit regle ich das normalerweise mit diesem, mit diesem Regler, wie viel da rein soll. Und Pre- und, ähm, Post-Fader sind im Prinzip auch deshalb, da steht jetzt hier nochmal schön beschrieben, wenn auf Auto eingestellt ist, benutzt der Effektkanal das Pre-Fader-Setting automatisch. Und ich kann es dann nochmal einstellen, dass ich sage, ich, äh, ich will definitiv Pre-Fader haben. Weiß jetzt auch nicht genau, warum. Drei Optionen hier da sind, aber hier kann ich nochmal explizit sagen, ich will Pre-Fader haben. Vielleicht einfach der Übersicht wegen, wenn man unterschiedliche, ähm, äh, Einstellungen benutzt. Oder ich will einen Post-Fader haben. Und das Ganze ist nichts anderes als mit dem Pre-Fader-Setting, oder mit der Pre-Fader-Einstellung, wird das Signal, was quasi hier unten rauskommt, hinter all den Effekten, dem Instrumenten, allem drum und dran, diese Lautstärke wird genommen, in diesen Kanal reingeschickt. So, und egal, ob ich jetzt hier drehe oder eben auch nicht, in meinem Fall macht das fast gar, macht das keinen Unterschied, weil ich den eigentlich immer in Ruhe lasse, ähm, bei der hier ja nur mein Parameter ist, wogegen ich, äh, spiele oder wogegen ich mixe. Ähm, diese Einstellung würde ich jetzt hier dran rumdrehen, hat überhaupt gar keinen Einfluss auf das Signal, oder wie viel Signal in diesen Effektbus reingeht. Bei Post-Fader steht, ist nicht mehr das Signal, was jetzt nur hier hinten rauskommt, sondern das, was ich quasi hier rausschicke. Das heißt, wenn ich das hier leiser mache, kommt hier nur sehr wenig Signal an. Und je lauter ich dieses Signal hier mache, desto mehr Signal wird dann auch in diesen Effektkanal reingeschoben. Das ist so die allgemeine, äh, der allgemeine Verwendungszweck von Pre- und Post-Fader, was auch in den meisten Büchern und Tutorials einfach so auch genau erklärt wird. So, und jetzt kommen wir zu dem, ähm, Car-Metering von dem Bob Katz. Bob Katz ist ein sehr bekannter, berühmter Audio-Ingenieur, der auch, ähm, mindestens ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben hat. Ich habe es, glaube ich, leider jetzt gerade nicht hier, sonst würde ich es in die Kamera halten. Aber ich kann es nochmal in die, ähm, Beschreibung mit, äh, reinschreiben, wie der Titel heißt. Das würde ich jedem empfehlen, der sich damit so ein bisschen beschäftigt. Und zwar hat er irgendwann mal gesagt, in Zeiten des Loudness Wars, also wo man versucht hat, irgendwie alles lauter zu machen, um besser zu klingen als die Konkurrenz. Oder die, sagen wir mal, die Mit, äh, Mitbewerber. Ähm, weil die menschliche Psyche sagt, wenn etwas lauter ist, muss es automatisch besser sein. Was lauter schreit, ist wichtiger, so ungefähr. Und, ähm, der hat halt irgendwann gesagt, das macht alles gar keinen Sinn. Äh, aus dieser ganzen Geschichte ist dann auch später diese Entwicklung der Lufts gekommen. Und, ähm, das, der ist halt, der Bob Katz ist halt hingegangen und hat gesagt, okay, ich definiere jetzt einfach mal so verschiedene Pegel-Level und sage zum Beispiel, K12, das ist minus 12 dB und K kommt von Katz, also Bob Katz, minus 12 dB. Okay, ist jetzt so ein Durchschnittspegel, ähm, für, ähm, Radio- und, äh, Fernsehsender, wie sie normale Musik übertragen, also, so, irgendwelche Musik halt im Endeffekt. Das sollte so ungefähr bei minus 12 dB stattfinden. Dann gibt es den, zum Beispiel die K14, also minus 14 dB FS. Ähm, da soll zum Beispiel so Musik wie Country-Rock oder Mainstream-Pop, äh, gespielt werden. Und dann gibt es die, ähm, K20, das heißt minus 20 dB von 0 dB FS. Und das soll verwendet werden für Filme, ähm, oder für klassische Musik oder bestimmte Hi-Fi-Anwendungen, also jetzt unabhängig von, äh, von der Musik. Und, äh, werdet ihr auch feststellen, dass viele Filme zum Beispiel relativ leise sind im Gegensatz zur Musik. Und, ähm, an diesen, ähm, an diesen Pegelwerten, ähm, äh, hat man sich dann auch in, ähm, in großen Teilen oder orientieren sich in großen Teilen relativ vieles. Können nach dieser K-Metering sein, es kann auch irgendwie nochmal ein anderes Metering sein, aber das ist alles so ungefähr in dieser Größenordnung bewegt sich das Ganze. Und, ähm, das ist vielleicht einfach nochmal als, als Abrundung wichtig für diese ganze Level-Gain-Staging-Geschichte, wo es dann einfach heißt, okay, ich habe 0 dB FS als mein Maximum beim digitalen Mischen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel was für einen Film oder wenn ich klassische Musik, ähm, produziere, komponiere oder abmische, ähm, dann habe ich da so eine Größenordnung, dass ich gegen diesen Level mische. Oder ich erkundige mich, ähm, was ist der Standard, ähm, Level, äh, für dieses Genre. Ja, dass ich nicht einfach, einfach nur laut, so laut wie es geht, sondern in welchem Bereich, ähm, muss ich, äh, muss ich, äh, quasi mein Ziel einstellen, Level-Ziel einstellen, wenn ich für ein bestimmtes Genre mixen möchte oder produzieren möchte. Ähm, das immer im Hinterkopf behalten, wenn man anfängt zu produzieren oder zu mixen und sich da noch nie Gedanken drüber gemacht hat, das wirklich verinnerlichen, dass man wirklich sagt, meine Grundlage sind, hier zum Beispiel, ähm, die minus 10 dB oder minus, keine Ahnung, 4 oder 0 oder minus 20 dB, egal was ihr macht, das im Hinterkopf behalten, dass ihr dagegen mischt oder dagegen, ähm, produziert. Das ist extrem wichtig, damit ihr auch wirklich zum Schluss den Sound rausbekommt, und den ihr auch reingetan habt, quasi, nee, dass ihr den Sound rausbekommt, den ihr auch quasi in, in einer DAW, die mit 32-Bit Floating Point arbeitet, dass ihr nachher ein, ein Sample rauskriegt oder ein, ein, eine Datei, eine FLAC-Datei oder WAV-Datei oder MP3-Datei, wird ja dann immer schlimmer, je mehr das, äh, verlustbehaftet gewandelt wird, die so nah wie möglich an eurem Original aus der DAW klingt, obwohl sie nicht mehr 32-Bit Floating Point hat, zu einer 16-Bit gediffert, zum Beispiel. So, das wollte ich euch jetzt einfach nur erzählen und, ähm, auch so lange erzählen, den Vortrag halten, weil das ein extrem wichtiges Thema ist, was bei all diesen vielen Tutorials in Richtung Gain-Staging und, ähm, Balance of Mix und weiß der Geier, was es da alles gibt, das nie so wirklich besprochen wird, und auch in den Büchern ist es meistens nicht so wirklich hervorgehoben, aber ich finde es halt einfach extrem wichtig. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich euch noch um eine Kleinigkeit bitten, nämlich genau das hier. Würde mir helfen, wenn ihr Fragen dazu habt oder noch zusätzliche Informationen, kann ja sein, dass es noch wirklich eine wichtige Information gibt, die ich hier überhaupt gar nicht genannt habe, bitte schreibt sie in die Kommentare. Ich freue mich jedes Mal, wenn mir jemand was in die Kommentare reinschreibt, und wenn es eine Frage ist oder irgendwie sowas in der Richtung, dann antworte ich natürlich auch gerne, sofern ich den kann. Oder vielleicht antwortet auch jemand anders, der oder die das halt einfach weiß. Und, ähm, ja, dann hoffe ich, ich sehe euch bei einem der nächsten Videos wieder. Bleibt gesund, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.